Im Mai sorgen Kölns Keeper wieder für großes Kino. Fortuna Kölns Niko Oczowski macht den Anfang. Gegen die Laufrichtung, aber Riesenreflexe vom U19-Torwart. Und wo Fortuna ist, da darf auch die Viktoria nicht fehlen. U17-Torhüter Julian Roloff mit diesem spektakulären Spagat. Seine Zehenspitzen verhindern den Treffer für den 1. FC Köln. Unsere Nummer 1 wieder von Viktoria Köln. Diesmal Ron Mayer aus der 2. Herrenmannschaft. Schöner Kopfball ins Eck, aber mit dieser prima Flugeinlage hat wohl keiner gerechnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017